Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Science vor von Odo Munning. Es geht um Getragen von SARS-CoV-2 in Nerzwarm zwischen Menschen und Nerzen und Märzen und Menschen. In den Niederlanden ist es bereits im Sommer zu einer auffälligen Häufung von SARS-CoV-2-Infektionen bei Angestellten auf Nerzfarmen gekommen. Genomanalyse belegen jetzt eindeutig, dass die Viren zunächst von Menschen auf die Tiere und dann wieder auf Menschen übertragen wurden. Die Forscher warnen vor der Etablierung eines Reservoirs bei den Zuchttieren, dass leicht zur Brutstätte für weitere neuere Coronaviren werden könnte. Die dänischen Behörden haben in den letzten Wochen bekannt gegeben, dass alle 17 Millionen Nerze, die vor allem auf Jütlern in Farmen gehalten werden, gekeult werden sollen. Begründet wurde dies mit bis zu 200 Infektionen von SARS-CoV-2 bei Menschen, die sich mit einem neuen Stammcluster 5 infiziert haben, der von Nerzen auf den Menschen übertragen wurde. Der Erreger soll für den Menschen nicht gefährlicher sein als andere Virusstämme. Es bestehe allerdings die Gefahr, dass sich die Erreger einem Impfstoff entziehen könnten. Virusforscher aus den Niederlanden haben die Meldung nicht überrascht. Dort ist es ab April ebenfalls zu zahlreichen Ausbrüchen in Nerzfarmen gekommen, auf die die Veterinärbehörden mit Massentötung der Tiere reagiert haben. Forscher der Erasmus-Universität in Rotterdam haben das Ausbruchsgeschehen in 16 Nerzfarmen jetzt genauer untersucht. Mit Genomanalyse der Erreger konnten sie die Infektionswege teilweise aufklären. Das Infektionsrisiko für die Farmer und ihre Angehörigen war hoch. In 43 von 88 Absträden, das sind 49 Prozent aus den oberen Atemwegen, wurden Virusgene nachgewiesen, was eine aktive Infektion belegt. Die späteren Antikörpertests fielen bei 38 von 75, das sind 51 Prozent der Personen positiv aus. Es wird davon ausgegangen, dass sich 66, 97, das sind 68 Prozent Angestellten mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Schon die Untersuchung der ersten Farmen lieferte Hinweise, dass die Viren von Menschen auf die Tiere übertragen werden. Vier von fünf Angestellten gaben an, dass sie unter Atemungsinfektion gelitten hatten, bevor auch die Nerze erkrankten. Auch auf einigen anderen Farmen gingen die Infektionen bei den Angestellten in Erkrankungen bei den Nerzen voraus. Der Vergleich der Virusgenome ergab aber auch, dass einige Menschen sich bei den Tieren angesteckt haben mussten. Damit besteht der Verdacht, dass sich die Viren bei den Nerzen etablieren und ein Reservoir bilden, aus dem heraus das Virus jederzeit wieder auf den Menschen übertragen werden kann. Der Wechsel des Wirts führt bei den Viren zu einem Anpassungsdruck. Sie verändern ihr genetisches Make-up, um sich leichter vermehren zu können. Dies kann, wie die aktuelle Entwicklung in Dänemark zeigt, rasch zur Bildung von neuen Stämmen führen, auf die das Immunsystem des Menschen entweder durch Herdenimmunität oder durch Impfungen unter Umständen nicht vorbereitet ist. Im schlimmsten Fall würde ein neues Pandemievirus entstehen. In den letzten Monaten hat es zahlreiche Berichte über SARS-CoV-2-Infektionen bei Tieren gegeben, darunter Hunde und Katzen. Auch Zootiere, Tiger und Löwen sind gefährdet. In keinem Fall wurde jedoch jetzt bei Nerzen eine Rückübertragung auf den Menschen nachgewiesen. Nach Angaben der WHO wurden bislang neben den Niederlanden und Dänemark auch aus Italien, Schweden, Spanien und den USA mit SARS-CoV-2 infizierte Nerze gemeldet. Besorgniserregend sei dabei bisher aber lediglich die Cluster 5 genannte Mutation des Virus in Dänemark, erklärte die WHO. Wissenschaftler befürchten, dass diese Mutation die Wirksamkeit künftiger Impfstoffe beeinträchtigen könnte. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen in Science.